Oh ne! Die Stenker! Oh, ne! Die Stenker! Oh, weitermacht ja! Die Stenker! Hör auf, nein! Hör auf, nein! Ich hab's nicht drauf! Wisst ihr was? Ich mach unten jetzt an den Briefkasten und an die Klingel Pension Schuber! Ja! Ja, wie wir jetzt schon zu machen gesagt haben, 10 Euro fürs Dösten! Uh, das würd' ich alle drei Tage mindestens ausgeben! Jetzt gib mir meine Dämpfe! Nein, die Stenker hab ich nicht so nett gehabt! Das ist du! Ja, das ist eine gute Idee! Deswegen konnte ich auch nicht schlafen! Ja, ja, Lüge! Das ist, weil ich denke, es so hübsch ist! Ey, wie sind alles Ehepaar hier? Auf jeden Fall! Pass ich Nektar 70! Nein! Komm, gib's doch! Ich hab keine Freunde! Schreckt, Gina! Los, gib mir mal den Weg! Ich hör schon mehr Schrauben drauf! Nicht mehr Schrauben! Ey, guck mal, zu dir verrutscht! Wenn man die Füße in die ganzen Gesicht hat! Da kommt die ganze... Weiter komm ich hin hier! Also wenn sie glaubst du das hinlegen! Oh, weia! Das ist mein neuer Liebhaber! Der Schwul! Elchi ist schwul! Das ist der Schwul! Boah! Gib das denn da her! Weil das der Elchi ist! Weil das der Elchi ist! Der ist toll, toll weich! Ey! Wie kriegst du denn die Füße zwischendurch? Wie kriegst du denn das Gesicht zu weit? Reiche ich mir jetzt! Dann musst du dich seitlich drehen! Dann dreh doch die Füße an ihre Füße und dreh dich mit dem Kopf nach vorne! Nee, er kann nicht schlafen! Lass den Kopf drüberhängen! Hä? Wie geht das denn? Wie geht das denn? Über deine Möse? Ach so! Das reicht jetzt! Jetzt hat sie im Machtwort gesprochen! Das reicht jetzt! Hm! Das ist ja wirklich die Füße mal! Das könnte dein...